Was brauchen wir? Halt mich wie das soe Ding an der Mange Lade! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lade nach! 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 Komplett, du Sau! Hat mich wieder zu ermisst, wie in der Mangel. Ist dir das noch normal? Scheiße, Scheiße! Ich habe keine Munition mehr, ich brauche. Rennt mich wieder zu, oh nein, so was dummes, ey. Hau ab! Nein, in der Kühe der Er. Komm und her auch. Da... Da ist ein Charger! Ich bin verbannt, solche oder irgendwas. Ich habe einen Schocker. Schocker, oder? Wir sind gewehrt. Aber dann mal das ja. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ja, das ist so, ja. Genau so. Aber ich weiß ja auch viel. Und... Es ist, es ist, es ist nicht normal. Huh! Es ist nicht normal. Wie dumm ist sowas eigentlich? Wie... Harap! Was ist das denn? Sinnlos, sinnlos ist das so. Hey, vielen Dank. Werf eine Kotzbombe! Oh Mann, tut das weh. Alter, ich habe kein Leben mehr. Kein. Na gut, ich habe ein Medibag gefunden. Ich heil mich. Brauch Deckung! Oh ja. Brrrr. Oh ja, oh ja. So, Freunde. Rennt mich wieder so ein dummes Ding über den Haufen. Absolut sinnlos, ey. Gleich noch mal draufhalten. Oh, na. Ja, ja, halt, ey, halt. Ist doch nimmerschön, ey. Was soll denn das? Du musst besser auf mich aufpassen. Das von der Seite doch gleich wieder. Wo ist ich jetzt so lang? Alter. Ich hoffe, die Rettung wurde vertammt. Ich bin überzeugt, Leute. Ich mach jetzt erst mal hier an der Heu-Treppe in den Cut. Warte, ich erschieß dann noch. Zack. Mach erst mal in den Cut. Ich hab jetzt schlank genug aufgenommen. Ich bin jetzt nicht mehr.